Kultur gehört genauso zum Leben wie Sport, Kirche oder auch die Wirtschaft. Sie macht unser Leben so facettenreich und deshalb glauben wir, dass man das unterstützen sollte. Silbermann hat hochpräzise Instrumente gebaut von hoher Qualität und das passt auch hervorragend zu unseren Präzisionsteilen. Die Silbermann Tage sind ein schönes Musikfestival im Herbst diesen Jahres und da kommen viele musik- und orgelbegeisterte Menschen nach Sachsen und das können wir schön in die Welt hinaustragen, was wir hier alles Tolles bauen und entwickeln. Ohne die zahlreichen Unterstützer und Sponsoren könnten wir die Silbermann Tage gar nicht durchführen. Und so bin ich besonders froh, dass wir mit Titel Feingerätetechnik aus Frauenstein einen ganz außergewöhnlichen Sponsor bei den Silbermann Tagen dabei haben. Das Unternehmen ist nicht nur in Frauenstein beheimatet, es setzt sich auf eine unglaubliche Art und Weise auch mit Präzision auseinander. Hier kommen zwei Dinge zusammen, die einen ähnlichen Ursprung haben. Mit der Übernahme der Konzertpatenschaft für das Eröffnungskonzert in Frauenstein unterstützt das Unternehmen so nicht nur die Silbermann Tage, sondern in besonderer Weise Kunst und Kultur im Erzgebirge und im ländlichen Raum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 onzept die SdV für funk, 2017